So Leute, jetzt gleich kommt der Zug. Bin schon gespannt, ob es ein Güterzug ist, was ich aber glaube. Jetzt kommt er gleich. Wartet, kurzes Auto. Ihr seht, ich stehe schon das Licht, ich stehe schon das Licht. Ich sehe es irgendwie in der Kamera, sehe ich einfach alles viel heller. In normal, weil es ist gerade normal saudunkel. Wo ist die Sonne? Hier ist der Mond. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Bin sehr gespannt, ich zoome immer ran, also ranzoomen kann ich nicht. Es bleibt da stehen oder was? Bitte nicht stehen bleiben. Ich sehe es hier, in echt sehe ich das Licht, ja es wird da wahrscheinlich stehen bleiben. Was ich leider kacke finde, kurzes Auto wartet. Es ist glaube ich eine Taurus, zwei Tauruse sehe ich. Jetzt fährt er los, glaube ich. Ja, zwei Loks hier sehe ich auf der Kamera. Zurück gehen, oder? Weil ich sehe gerade die zwei Tauruse hier vorne, sind von der ÖBB. Natürlich wieder in Rosenbach hier, an der Grenze bei Slowenien bin ich wieder. Die Lok kam gerade von Slowenien her. Hier seht ihr den Berg. Ich werde mal irgendwann mal, wenn ich wieder mit meinem Opa zum Tunnel, äh, da vorne irgendwo in die Richtung ist der Tunnel. In die Richtung hier vorne, ich habe gerade die Jacke hier an, meine ist grün, wenn ihr sie sehen wollt hier. Ich habe eine grüne Jacke, ah scheiße, der zukommt nicht, wann. Ja okay Leute, ich glaube, er hält noch kurz, wenn er, und sobald er wieder abfährt, sage ich es euch. Okay, ciao, ciao, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.